Hi, ich grüße euch hier zum Anglertagebuch. Gestern Nacht, in unserer ersten Nacht am Fluss, konnten wir richtig gut absahnen. Drei Fische kamen auf die Haben-Seite. Das Wasser ist über Nacht circa einen Meter gefallen. Und momentan können wir davon ausgehen, dass wir einen Meter in circa 20 Stunden verlieren. Der Fluss ist richtig auf dem Sinkflug. Und da ist eins ganz wichtig, mitarbeiten. Ihr müsst mit euren Montagen permanent nachkontrollieren, dass die Köder auf der richtigen Tiefe bleiben, schön hoch anbinden. Die Köfis im Spektrum des Wallers präsentieren. Und dann klappt es auch noch mit richtig gutem Fängen, jetzt beim fallenden Wasser. Drückt uns die Daumen für heute Nacht. Und dann auf dem Fall ist die Daumen für heute Nacht. Die Daumen für heute Nacht.